Zwillingsschwestern Mia und Emma wachsen in einer kleinen Stadt auf und entdecken schon früh ihre außergewöhnliche Verbindung. Sie können Gedanken und Gefühle des anderen spüren, egal wie weit sie voneinander entfernt sind. Eines Tages erleidet Mia einen schweren Unfall und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Während Emma zu Hause ist, verspürt sie einen überwältigenden Schock und erkennt sofort, dass etwas Schlimmes passiert ist. Ohne zu zögern läuft sie ins Krankenhaus und findet Mia, die im Koma liegt. In dieser kritischen Zeit erleben sie eine tiefere telepathische Verbindung, die es Emma ermöglicht, Mias Gefühle zu spüren und sie durch ihre Gedanken zu unterstützen. Sie spricht mit ihr, als wäre sie wach und ermutigt sie, zurückzukommen. Nach Tagen im Koma erwacht Mia, als Emma an ihrem Bett sitzt und erzählt von Bildern und Worten, die Emma ihr gesendet hat. Diese Geschichte ist ein faszinierendes Beispiel für die geheimnisvolle Kraft der Zwillingsverbindung und zeigt, wie stark das Band zwischen ihnen ist. Solche Erlebnisse werfen Fragen darüber auf, wie Telepathie und Emotionen uns über das Physische hinaus verbinden können. Wenn sie eine Zwillingsverbindungな was die Hörerinnen und die Hörerinnen und die Hörerinnen und die Hörerinnen und die Hörerinnen, sind vor allem, dass die Hörerinnen die Hörerinnen und die Hörerinnen nach der Zwillingsverbindung nach der Naseinbewegung verfolgt. Vielen Dank.